So, und da sind wir wieder bei Batman Arkham City. Wir müssen hier mal ein paar Leute verprügeln. Hey du Arschgesicht! Fuck! Ah! Hier drüben! Ich hab ihn erst hier! Ah, scheiße! Boah! Was? Starlark! Hier ist Starlark! Ist aber furtig weg hier. Kanate! Ei, 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 ei. Du wirst mir nicht entkommen. Granate! Ähm... Ich muss aber entkommen. Tut mir sorry. Er ist verschwunden. Wo zum Teufel ist er hin? Ähm... F? So, okay. Wir müssen scheinbar hier runter. Nein! Was zum Teufel ist hier los? Ich möchte ja irgendwie runter. Sag mal, bin ich jetzt so blöd oder was? Muss doch irgendwie möglich sein hier runter zu kommen. Hm... Was ist hier los? Es ist Furchtisch, dass sich alle neuen Rekruten gründlich abtasten lassen! Von innen und außen! Ich kann verstehen, dass einige von euch ein gewisses Unbehagen bei den Gedanken verspüren, dass ein riesiger russischer Söldner in ihren Körperöffnungen rumfummelt. Aber keine Sorge! Die Verletzungen sind oftmals nicht lebensbedrohlich. Na, wenn du das sagst, Joker! Geilige Zucker! Hehehehehehe! Ich fand's ganz schön. Wo? Hm... 25... Ich krieg die Krise hier! Was soll ich denn hier reinkommen? Ich muss doch irgendwo ein Eingang sein oder sowas. Ah, Moment, 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 Moment! Ich sehe was, was du nicht siehst! Alfred, ich muss irgendwie in das Sionis-Stahlwerk reinkommen. Haben Sie es mit der Vordertür versucht, Sir? Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? War offenbar zu leicht. Mal sehen. Wenn alle anderen Zugänge verspürt sind, wäre der einzige Zugang... Nein, das ist Selbstmord. Der Hauptschornstein? Okay, also dann... Also dann? Ich würde da gerne rauf. Der Hauptschornstein. Welcher ist das? Das kann doch bloß der hier sein, oder? Hm, Tab. Mal kurz auf die Karte, Loki, Loki. Ah, Kriminelle von... Verdächtig, das geschieht, wird bei dem Computer sofort auf der Karte markiert. Untersuche dieses Ereignis, um weitere Aktivitäten der Superkriminellen aufzudecken. Okay, das heißt... Wir kriegen doch die Position angezeigt. Das müsste dann eigentlich der Kandidat hier sein. F, da haben wir es doch. Geronimo! Halt! Gleiten! So! Das während des... Ah, okay! Während des Laufens rutschen... Okay... Dann hier rüber... Hier rüber... Der Dampf aus diesem Ofen wird mich lebend kochen. Ich muss die Kohle irgendwie herunterkühlen. Ähm... Nee, dat wird nix. Detektiv-modus... Ah, okay... Zwei... Ach... Ach Gott... Und... Ja, Grock! Sehr schön! Das heißt doch eigentlich... Wir können doch jetzt... Ja, okay... Da kommen wir nicht rein... Links fallen lassen... Ähm... Ja... Links... Hier rüber... Da rauf... Auf dem Geländer... Auf dem Geländer... Ähm... Schön... Ah, hier... Da... Neue Position nicht richtig... Antippen für den Detektiv-modus... Drei... Drei... Explosiv-Gel... Schau... Einen Schritt zurück... Und... Puff... So, dann mal hier runter... Okay... Okay... Ach... Ah... Entschuldigung... Eins... Bettering auswählen... Ja... 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 Joker will, dass man ihn für krank hält... Dann... Zack... Erwischt! Weiß nicht, Mann... Sieht ziemlich quank aus... Meinst du schlimmer... Ach du Scheiße... Habe ich euch nicht etwas Unterhaltung versprochen, Jungs? Bitte! Ich hab alles versucht! Tja... Hattest dich mehr anstrengen sollen! Die Quacksalberin hat Mr. J hängen lassen! Und ihr wisst, was das bedeutet! Oh, ich glaube, das können wir noch besser! Ähm... Das ist nicht gut... Äh... Ja... Ich würde hier gerne rausgenommen... Da sind wir hergekommen... Waaah... Ähm... Ah, okay... So... Hier rum... Ah, was ist denn das für ein Drecksloch hier? Hälft mir! Halt! Klarer Änderung! Bringen Sie in die Schmelzkammer! Mr. J will, dass Sie ruhig noch etwas länger leiden! Du kommst mit uns mit! So... Erstes Frauen und Personen festhalten! Ihr wisst, was ihr zu tun habt! Geht zum Schneemann und bringt ihn hierher zurück! Sofort! Er wird dafür bezahlen, dass er Mr. J über den Tisch gezogen hat! Halt ihn hier! Ah, Moment... Ähm... Das schaut wieder so nach Riddler aus hier! Von wem hat Harley gesprochen? Klang, als würde sie Freeze den Krieg erklären! Ja, sie klang sauer! Der Dampf blockiert den Ausgang! Wenn ich dem Rohr folge, müsste ich eine Möglichkeit finden, ihn abzudrehen! Gut, dann folge mal dem Rohr... Der Dampf blockiert den Ausgang! Wenn ich dem Rohr folge, müsste ich eine Möglichkeit finden, ihn abzudrehen! Vielleicht hat es ja was mit dem ganzen Mist auf Arkham Island zu tun! Du hast gesehen... So, in dem Fall... Eins... Drei... 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 Heute Nacht wirst du sterben! Du schnörst, wir haben nicht geburt! So. Du stirbst jetzt! Und der nächste, sehr schön. Okay, HP haben wir wieder. Was zum Teufel machst du hier? Du solltest doch tot sein! Tja, bin ich aber nicht. Du kommst nicht an Mr. J ran. Wir sind hier oben in Sicherheit. Kannst du ruhig da unten bleiben und verbrennen? Ähm, nicht gut. Gar nicht gut. Alfred, ich hab den Joker gefunden. Aber ich komm nicht ran. Ihnen fällt sicher eine Lösung ein, Sir. Ja, ganz bestimmt. Ich hab gesehen, wie eine Ärztin verschleppt wurde. Ich suche sie und kümmere mich dann um den Joker. Okay, was haben wir denn hier schönes? Ah, hier. Hauptziel. Rettet die Ärztin. Detail. Blablabla. Linksrum. Äh. Also, hier lang. Ich möchte ja mal Bechelle rufen. Trophäen scannen. Trophäen scannen. Äh. Ja. Achso, das ist jetzt nur für die Dinger hier. Gut. Ähm. Dann möchte ich mal hier mit Explosiv. Achso, das geht ja nicht. Oder? Geht es doch? Ähm. Das wäre fast zu einfach. Wüsste ich doch. Äh. Da ist eins. Ach, man kann die der Karte zufügen. Jetzt checke ich. Das ist auch cool. Tatsache. Ist ja geil. Kann man sich wenigstens mal die Positionen... ...bestimmen lassen. Fertigungsstraße. Du hast gesagt, dass Batman herkommt. Und? Ich meine ja nur. Ich dachte der einzige Vorteil, davon eingesperrt zu sein sei, dass Batman da draußen ist. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hast du Angst vor der bösen Dreh damals? Oh, 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 oh. Nein, Angst nicht gerade. Aber er hat mir in der Anschalt vor sechs Monaten drei Rippen und den Arm gemacht. Sorgt dafür, dass er dir nicht zu nahe kommt. Leider gesagt als Betanmann. Du hast ihn noch nie in Aktion gesehen. Wenn er kommt, zeige ich ihm, dass man sich mit mir nicht anlegen sollte. Harley will, dass er stirbt. Und ich will Harley. Bist du verrückt? Harley? Hast du etwa vergessen, wer ihr Freund ist? F-H-H-G-U-M. Wie ich das sehe, wird bald schon die ganze Welt vergessen haben, wer ihr Freund ist. Dann fahre ich auf der Harley. Ha, ha, ha. Oder du kriegst ne Kugel ab. Im Ernst, man wird nicht übermütig. Jackman ist gefährlich. Und Harley, er ist recht. Hm. Na gut, ich würde mal sagen, wir machen hier für heute mal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns.